Hey und alle Survivalist da draußen und willkommen zu einer weiteren Customs Zombie Map. Rich heißt die, Rich Bitch. Und wir sind mit Botox und Rice wieder am Start. Ja, kleine Penis haben kleine Schwänze. Oh, wie sinnlos das grad war. Ja. Naja, mal gucken, also das Cover eben, das Hintergrundbild sah so aus wie von, war das Mars? Ich seh nur, äh, hinter ne, äh, so ungefähr. Ja ne, ich mein eben das mit der, wo die Frau, die da subbert, okay. Subbert. Die da Blut subbert. Die Frau? Hier gibt's Double Points für 10. Power Up für 1000. Ja, das ist ja, ist wie Mars. Hier gibt's nen Turb und, äh, und so. Box! Hey, hier gibt's Hosen, umsonst wie 600. Endurance Perk. Können wir schneller rennen. Oder langer rennen. Musik! Ist ja wieder mal COD4. So, ich hoffe mal diesen Difficulty Mod hab ich jetzt ausgestellt. Ich hab echt keinen Bock auf den. Hinter dir. Ach, hier ist auch nichts. Markus Armour. Hosen Armour. Hosen Armour. Boah, im Ernst? Ich hör das gar nicht. Ich hörs bei euch. Ja, sorry. Ja, bei wo? Ich hab doch alle Hetzens auf. Wie kann ich denn... Warum muss ich von euch hören? Habt ihr's da auf Maximum gestellt oder was? Ich kann Munition an der Bank kaufen. Für 1000. Ich hab keine Munition an der Bank kaufen. Ich hab keine Munition an mir wieder Pistole, oder? Was? Also ich hab auch gleich nichts mehr. Ähm, wo sind... Ist das jetzt die erste Tür hier? Ne. Äh. Da ist was. Da ist was. Ne, das ist der Song. Ich bin ein Killer, Alter. Ich weiß was Klingeln. Wo kann man jetzt das aufkaufen? Man kann hier so Kiste. Aber die kann man hier aufkaufen, glaub ich. Wow. Ich weiß, jetzt habe ich voll irgendwas reingesprungen. Ich hab ne Neck geworfen. Ja, lass mal nen Crawler. Oh. Das war der mein. Achso. Wer wirft da wieder den... Hm. Hm. Ich schlitt. Geht's nicht so lange? Ach, hier ist ne Waffe an der Wand. Dann hol ich mir die mal erstmal. Haha. Ich bin vorsichtig, oder? Was war das? Botox. Was denn? Ja, kauf mal die Waffe. Ach, das kommt bei der Waffe. Hahaha. Ich will wieder... Ach, die kostet eh nur 200. Gut. Wie ich nicht treffe? Wie ich nicht brauche. Ach so, hier ist ja auch noch eins. Ja, das kann man aufkaufen. Ach, Zombie-Leiche blockt mich. Bei Facebook? Ich hab schon gleich wieder keine Monition mehr. Boah. Crawler. Du 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 du. Na, das muss ich jetzt selbst gerne. Munition kostet eh. Hey. Wer hat denn die Bunde? Ich wollte die kostet nur 100 die Munition. Reit hat die Bunde. Das war Zombie, äh, lehrig. Was? Reit's. Soll ich was kaufen oder was? Na hier die Tür. Hey. Ja, dann ist noch so'ne Waffe, äh, Küste. Oh, oh, oh. Sind das hier? Self-Defense Park. Ich hab mich doppelt. Botox. 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 Hat ja keine Waffe. ihr fragen was da kann ich nicht keine arme und hände ist in der waffe ist mit 90 ich kopf es noch frei er ist so p90 frei gekauft ne wo eigentlich wird er gerade durchfremden ach da wie groß ist denn hier an der wand hier auch 600 kostet die nur epic vor der sich mal hier ja bei mir kostet die nur drei Das ist der G3. Toll. Was jetzt hier? Ach hier. Ich kann hier vorne kaufen. Krieg ich nicht mehr mit Pups? Nein, kannst du kaufen. Nee, sie haben ihn nicht mehr. Sie gibt wo die... Mh 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 mh. Wollen hier hinten keine? Doch hier sind Fenster. Oh eins. Äh. Bis dann? Nee, aber ich seh grad was im Baum. Äste? Blätter? Sieht aus wie... wie ein Rucksack. Und Fallschirm. Und Fallschirm. Fallschirm. Sicher. Ich schwör darauf, dass es ein Rucksack ist. In dem Rucksack ist der Fall schon drinnen gewesen, Alter. Ja, ja. Ja, ich hab so viel Lecken gemacht. Gar nicht. Oh, das ist noch der. Ich brauch einmal. Warte mal, lass mal. Hätte aber keine... Er hat meinen halben Bauch rausgeschossen. Ja, ja. Man würde ihm sagen. Der hat keinen Speck mehr. Oh. Vorne Keller. Ja. Was haben wir hier? Bumm... 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 Ist irgendwas... Ist irgendwas... Ich kann erschlocken. Ist irgendwas geöffnet? Ja, hier hinten irgendwo. Ja, das ist weg. Ja, das hab ich... Aber unten war noch so ein Handel, was ich aktivieren konnte. Und... achso, ganz dahinten. Äh, im Spawnraum. Ganz hinten hab ich jetzt... Was freigekauft. 2000. Bordox, du hast den ersten Bunde. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ja, ich schreibe mal auf, was in Auto aus dem Weg liegt. Halt! Ja, das ist noch so ein Zahlencode. 3000. Witz, it's okay. Force, I love you, lay, you lie. Nein. What the fuck? Alter. Genau so und nicht anders da. Hier ist Ammo. Oh! Crawler, kommt der her? Ja, Granater. Hier ist der G36, ich seh. Hat nicht was gebitcht. Du bist ne bitcht. Oh mein Gott, Granater weggeschmissen. Ja, was da hier ist, Ammo. Regnivation, oder? Ha! Hör damit. Das bringt noch was, wenn du so ne einzelne Schusswaffe hast. Wie kostet die Scheiße? Und dann ne Shotgun. 950. Ja, oder Shotgun. Und das war ne G36. Mein Gott, jetzt erschreck mich doch nicht so, Mann. Wieso vor die Ecke hier düst? Guck mich voll ans Meer her. Warte, lass den Quallala. Warte, ich auf ne Granatebau. Kannst du mal kreuz, weil der Schuss kommt. Ok, ich hab da so ein paar Crawler. Ich hab mir den Perky jetzt gekauft. Da kommt nur ein normaler. Ah! Gut. Ich will jetzt ne Shotgun haben, wenn ich dieses Perky hab. Oh! 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 Shotgun! Boah! Du bist doch leise. Penis! Schrei mal ein bisschen rein. Hör. Ähm. Katie Perry wollen wir jetzt hören habe ich gehört. Was? Nee, Alter. Ich… Nein. Bär. Ich will den Rücken ja nem. Ich glaube ich bezweifle, dass es hier unten lang geht. Ah, es ist stinkt. Bap, bap, Amerikaner Du 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 Licht ist gut für Auge Seife, Harmonie Disco Gut, kann man weitermachen Warte kurz, ich muss sie kurz zeigen, dann gut zusammenkratzen Da hast du einen Trotter Ganz ein bisschen Knifen Knifen? Ja, da ist Knifen Ich mach Fenster ganz Guck mal, der tanzt Guck dich, das habt ihr ansehen, ja Du 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 Ich hab mit dem Finger abgeschossen Hast du gesehen? Nee, versteh ich nicht Ich auch nicht Okay Was sieht das so scheiße denn an? Du 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 Hier kann man auch noch irgendwas frei Kaufen oder so Wo? Also nicht frei kaufen sondern frei scheiße oder? Du kannst ja bei dem Statut hast du hier zwei Dinger frei kaufen Oh ich brauch Slayer Fan für die scheiße hier Sonst, naja Na ich brauch eine andere Shotgun Gar so eine Trench Gun oder so Trench Gun Und nicht so eine doppelläufige Bitch please Bung da Bung da Von dahin Bung da Bung da Der Marm ist Dern Dafür Ich brauch eine application Wie stört jetzt irgendwie, dass unten die Punkte nicht angezeigt werden Also wie viel man dazu bekommt Überzogen, und Ich hab'n Crawler gemacht. So, ich will jetzt ne andere Shotty. Nein, 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 ich hab' gesungen, ja. Ja, M911. Ne, Laser. Laser? Laser, ja. Laser Code. Sauber, ercoilt. Guck mal, ich kann das Schild da kaputt machen. Die will ich? Die will ich? Guck mal, ich kann die Kiste kaputt machen. Mach's mir nicht kaputt. Ich hab' auch noch was. Box. Bitte. Rock, ja, warte. Ja. Unschass da. Oh, Alter, was geht denn hier ab? Ich seh' immer die roten Strahlen durch. Spitz. Jaaa, das ist richtig. War's jetzt auch eine? Ich alleine. Ich habe auch noch eine. Wie kaputt das ist. Biu, 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 biu. So wie ist das, Alter. Laser Party Lasercraft Lasercraft heißt hier schon Die, 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 die Oh, ich brauch's nicht auf der Hand, man Dann macht es ja Spaß, mit dem Pumpkin zu spielen, wenn ich Ammo Regeneration hab Weil ich sowieso weiß, einen Schuss tötet zum, äh, zum größten Teil eigentlich Wo den kleinen Roten sowieso Ja, ich hab Winchester Ja, Mann, ich hab sie auch Ich hab grad collaterall gemacht Ich kaufe hier mal auf Hier ist Jack Ich hab grad vollen Punch bekommen, voll Jack You bought a heavy armor perk Armor perk Aber ich hab auch keinen, so kann es sehen Alles so schön, ne Melee Power Und mir auch gleich gekauft Ich bin nachher damit Ich hab hier drüben einen Lever gesehen, aber den kann ich nicht aktivieren Vielleicht muss ich das zweite auch noch aufkaufen Na egal Erstmal wieder ein paar Bungne machen Bungne? Oh, so ein Ruppel Oh mein Gott Vom Renten werden wir jetzt so Vom Renten werden wir jetzt so Vom Renten die Zombies jetzt so schnell raus Willst du denn auch mal sterben? Nein Wieso? Weil wegen der Sicherheit. Okay. Weißen ist schlecht. Lass mich Punkte gehören. Ja ja ja. Ich mich Punkte so. Bungde. 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 Dann. Mach kaputt. Ich brauch Speedcrawler unbedingt. All deiner Egel ey. Ich brauch das mal links drauf, vielleicht kann ich jetzt aktivieren? Ah jetzt kann ich jetzt aktivieren. Gar nix. Bitter ne Bitch. das hat sich geöffnet das hat sich geöffnet ja hier ist das nächste 2000er 1057 ok das sieht cool aus rechts raus ach so warte mal bevor wir jetzt weitermachen ich muss kurz das umstellen also controls so wo ist das bei move jump da ist man kann die kohle aus meinen hat er sich so klar gedehnt aber aber Das war's.